So, ich melde mich noch einmal zurück von der ANWR in Mainhausen und bin jetzt hier bei Skechers. Ich meine, Skechers, das ist natürlich hier mal, das ist ein amerikanisches Unternehmen und die legen natürlich viel Wert auf Technik und so etwas. Das blinkt und blitzt hier sozusagen, das ist ein richtig cooler Showroom, den die hier haben. Wie gesagt, ich drehe mich hier einmal sozusagen im Kreis, dass man mal sieht, auch hier stehen wie in Hamburg unglaublich viele Schuhe, aber da hinten riesen Fernseher, auf denen dann sozusagen die ganze Bestellung sozusagen gelistet wird oder auch die Schuhe, die dann gezeigt werden können in der Präsentation, das ist schon was richtig cooles. Doro, ich habe wieder auf den blöden roten Punkt geguckt, nicht dahin, sorry. Warum bin ich hier eigentlich bei Skechers nochmal? Ich muss mal eben gucken, ich wackele hier gerade so ein bisschen durch die Gegend, aber Skechers haben wir ja in diesem Jahr wieder gehabt bis zur 48,5 und ich frage ja immer wieder nach, ach, ich gebe ja nicht auf, nach dem Motto, gibt es auch etwas größer und ja, wir haben tatsächlich etwas gefunden, dass es dann im nächsten Frühjahr, Sommer bei uns auch bis zur Größe 50 dann gibt und zwar diese hier. Erfolgsmodell in diesem Jahr schon gewesen bei uns, 47,5, 48,5 komplett ausverkauft, also Jungs, im nächsten Jahr auch bis zur 50,50. Also nochmal einen Schwung obendrauf, das Ganze in drei Farben, das sind jetzt nur zwei, ich weiß, aber da kommt noch einer in Oliv dazu, passt da, also dann sind es wieder drei. Oder aber auch dieser hier, extra breit, super cooler, leichter Schuh für 59,95, 59,95 und das bis zur Größe 50, echt verrückt, Wahnsinn. Aber das ist halt Skechers, das passt. Da hinten, da stehen auch noch so ein paar coole Schuhe, hier ist übrigens die Kollegin von Michi, Michi kennt ihr ja schon, das ist Jessica aber richtig, Jessica wäre jetzt ja peinlich gewesen, wenn das falsch gewesen wäre, ne? Peinlich. Aber gut, so ist das halt, ne? Das will man machen, bin ja auch nur ein Mann, kann man ja nicht alles merken. So, aber, wie gesagt, auch hier, echt für die Männer, nochmal ein richtig cooler Schuh, auch bis zur Größe 50 in schwarz, also richtig, richtig cool, freue ich mich drauf, dass wir bei Skechers nochmal was nachlegen können und da sozusagen dann bis zur Größe 50 ergänzen können. In dem Sinne, schönen Tag noch und ich melde mich dann hier auch von der ANWR dann sozusagen ab. Bis dann, ciao.